Hey YouTube, was geht ab? Nur noch wenige Tage bis Paris-Roubaix und ich habe mir im Zuge von der Doku, wer die nicht gesehen hat, übrigens unbedingt mal reinschauen, habe ich mir nochmal die Rennverläufe aus den Vorjahren angeschaut und speziell im Frauenrennen ist mir so ein taktisches Desaster in Sachen Radsport-Taktik aufgefallen, da ich dachte, wir müssen unbedingt uns nochmal über die Basis und die Grundlagen unterhalten. Deswegen hier ein neues Format von mir, Radsport-Lehrbuchseite 1, der Polizist in Fluchtgruppe. Das ist da richtig nach hinten losgegangen, aber da kann man sehr schön analysieren, vor allen Dingen, wie man es nicht macht. Und bevor es losgeht, noch ein schneller Hinweis an alle neuen Abonnenten, sind hier doch eine ganze Menge dazugekommen, freut mich sehr. Wenn ihr weiter lustige Dokus über Radsport sehen wollt, da kommen in Zukunft auch garantiert noch weitere, vor allen Dingen, wenn die so gut ankommen. Ich markiere euch die extra mit so einem wiederkehrenden Logo im Thumbnail, damit ihr die leichter findet, aber die sind doch ganz schön aufwendig und zwischendurch mache ich halt auch noch ein paar Vorschauen, Analysen von Radrennen. Also das Grundkonzept von einem Polizisten ist es, jemanden aus Teamsicht mit in die Fluchtgruppe, in die Attacke mit reinzuschicken, aber der kriegt dann nicht die Aufgabe mit, durch die Flüge durchzugehen, sondern der riegelt nur ab. Der Kapitän sitzt dann hinten im Hauptfeld, gut beschützt noch von den anderen Helfern, aber einen Helfer hat er vorne in der Fluchtgruppe mit drin, der durch eine sehr destruktive Fahrweise aufpasst, dass hier nichts anbrennt. Also sowohl einfach moralisch, die anderen in der Fluchtgruppe nerven, dass das einfach nicht so harmonisch in einer guten Zusammenarbeit funktioniert. Und zweitens, wenn dann Attacken gehen, weil man sich von dem Polizisten irgendwie lösen will, immer sofort hinterher springen und am Hinterrad sitzen. Sehr schöne Strategie, wenn man das richtig umsetzt, weil es ist auch super effektiv, viel besser, als wenn jetzt die eine Person mehr hinten im Hauptfeld nur einfach normale Nachführarbeit führt. Aber es ist auch ein bisschen riskant, weil wenn man so ein paar Feinheiten nicht beachtet, dann ist es natürlich auch so ein gewisses Spiel mit dem Feuer. Bei Paris-Roubaix-Rennen 20 hatten wir folgende Mannschaftsaufstellung vom Team SD-Works. Lotte Kopecki ist die klare Nummer 1 Kapitänin, die hatte die Woche zuvor erst die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Und Lorena Wiebes noch so als Co-Kapitänin auch super sprintstark dabei, aber man weiß nicht genau, wie gut die da über das Pflaster kommt. Und Femke Markus hatte als Helferin wohl die Aufgabe von der Teamleitung bekommen, als Polizistin in die Fluchtgruppe mitzuspringen. Als die TV-Betragung von dem Rennen dann gestartet hat, das ist bei Paris-Roubaix der Frauen ja immer ein bisschen spät dran, hatten wir folgende Rennsituation, 77 Kilometer vor dem Ziel, eine 18-Fahrer- oder 17-Fahrer-große Spitzengruppe mit 5 Minuten Vorsprung. Und in der Spitzengruppe ist vertreten einmal SD-Works mit Femke Markus. Um genau zu sein, hat sich wohl erst eine Elfergruppe gelöst, da war SD-Works noch gar nicht vertreten. Und anstelle von dann die Entscheidung zu treffen, wir müssen harte Tempoarbeit führen, um so eine große Gruppe nicht wegfahren zu lassen, gab es dann noch eine Konterattacke mit etwas prominenteren Fahrern oder zumindest etwas prominenteren Mannschaften. Zum Beispiel Lisa Klein aus Deutschland für Track-Säger Fredo, jetzt Lidl-Trek. Aber auch Canyon Swam, FDG, DSM, Liv, URE. Wirklich alle großen Mannschaften waren jetzt hier in der zweiten Attacke mit vertreten. Mit Ausnahme von Movistar, aber der ihren Kapitänin hatte sich vor dem Rennen schon das Schlüsselbein gebrochen und Emma Norsgaard hat gefehlt. Movistar ist dem ganzen Rennen eh nicht sonderlich aufgefallen. Und Marianne Forst, das heißt das Team Jumbo-Wismar, war die einzige Mannschaft, die für Nachführarbeit sorgen müsste. Das heißt, das klingt jetzt erstmal nach einer idealen Ausgangssituation für SD-Works. Man ist vorne vertreten, führt aber nicht mit. Man sitzt hinten mit der Hauptkapitänin, gut beschützt. Man muss aber auch da nicht führen. Problem ist nur, die abgegebene Verantwortung will halt einfach kein anderer übernehmen. Die Gruppe vorne läuft richtig gut und der Abstand geht richtig weit auf, auf jetzt hier über 5 Minuten und Tendenz eher steigend. Und hinten hat sogar Marianne Forst noch Schaden, das heißt, die fällt zurück und Jumbo-Wismar ist jetzt auch ganz offiziell raus aus der Verantwortung, Tempo beizuführen, wenn die Kapitänin erstmal wieder aufschließen muss. Und dieser vermeintliche Vorteil von Femke Markus, vorne in der Fluchtgruppe drin zu sitzen als Polizistin und nicht mitführen zu müssen, ist der wirklich so groß? Ich meine, die Strategie funktioniert wirklich hervorragend, wenn man als Polizist in der Vierer- oder Fünfergruppe dabei sitzt. Aber hier sind 17, 18 andere Fahrer dabei. Und man spart bei den Geschwindigkeiten, selbst was die Frauen hier bei Roubaix fahren, so 30 bis 40 Prozent Kraft im Windschatten im Vergleich zu dem Fahrer, der vorne Tempoarbeit macht. Aber die anderen sind ja nicht konstant vorne im Wind, sondern die wechseln sich ja auch ab. Das heißt, in einer Zweiergruppe, wo einer konstant vorne die Führungsarbeit macht und der Polizist konstant nur auf dem Gepäckträger sitzt und im Windschatten sich ausruhen darf, muss der natürlich nur 65 Prozent von der Kraft aufwenden im Vergleich zu dem, der von vorne fährt. In einer Dreiergruppe, das heißt, einer ruht sich aus und zwei wechseln sich mit der Führungsarbeit ab, hat der Polizist den Vorteil, dass er nur 83 Prozent von dem leisten muss, was die zwei, die sich abwechseln, leisten müssen. In einer Vierergruppe noch 88 Prozent. Aber in so einer 17er Gruppe, ja, da ist der Vorteil von dem Polizisten im Vergleich zu allen anderen, dass er 98 Prozent von dem machen muss, was die anderen leisten. Und da muss man mal ernsthaft die Frage stellen, bin ich dann, wenn es später auf die Zielgerade geht, wirklich so viel ausgeruht hat als alle anderen, dass ich da einen klaren Vorteil habe, den Sprint zu gewinnen? Absolut nicht. Und wenn dann später noch Attacken fliegen, weiß ja wirklich jeder in der Gruppe, dass jetzt deine Aufgabe als Polizist gekommen ist, die Lücke wieder zuzufahren oder hinterher zu springen. Das heißt, sobald ein Fahrer abgehauen ist, schauen sich die anderen 16 Fahrer, die vorher schön durch die Führungsarbeit gegangen sind, alle mit ihren großen Augen an und erwarten jetzt von dir, dass du die Lücke zufährst. Und sobald du das gemacht hast, kommt die nächste Attacke und wieder und wieder und wieder. Und es gibt ein Stilmittel, um das zu verhindern, weil wirklich dieses, sobald das frühe Gespränge losgeht, ist das als Polizist dein Todesurteil. Und dazu muss der Druck aus dem Hauptfeld auf die Fluchtgruppe richtig hoch gehalten werden. Das heißt, wenn die Lücke zwischen dem Hauptfeld und der Fluchtgruppe mit dem Polizisten drin relativ klein ist, dann gibt es gar nicht die Möglichkeit, für eine frühe Attacke aus der Fluchtgruppe raus, weil eine größere Fluchtgruppe läuft halt einfach schneller als eine Solo-Flucht. Und die anderen Fahrer in der Fluchtgruppe müssen dazu gebracht werden, zu denken, okay, das gefällt mir nicht, dass der Polizist hier auf meinem Gepäckträger sitzt, aber wir müssen trotzdem zusammenarbeiten, denn wenn jetzt hier einer Solo wegfährt, dann werden wir sowieso alle wieder auf dem Hauptfeld geschluckt. Aber wenn dieser Druck von hinten nicht aufrecht gehalten wird, weil man denkt, man kann sich komplett aus der Verantwortung rausziehen, dann öffnet das natürlich Tür und Tor für dieses ganze unkontrollierbare Gespränge. Und die letzten Kilometer von Paris-Roubaix 2023 der Frauen, die tun richtig vom Zusehen weh, wie viele taktische Fehler da gelaufen sind. Obwohl der Vorsprung von der Fluchtgruppe so riesengroß war, dass die wirklich mit Sicherheit durchkommen müsste, spielen die es fast doch mal, weil durch dieses Gespränge vorne regelrecht Stillstandsversuche herrschen. Nur in der Nachführarbeit, wenn man dann hinten auf 5 Kilometer mit 18 Sekunden Abstand doch wieder fast dran ist, geht immer noch keiner von SD-Works da in die Tempoarbeit rein. Lotte Kopecki langweilt sich und dehnt sich hier noch ein bisschen vom Finale, aber erstmal muss doch die Lücke geschlossen werden. Und man setzt aus SD-Works scheinbar doch lieber die Karten auf eine Mischa Predewold, die in der Fluchtgruppe mit dem ganzen Minotärgespränge doch gar nicht so sehr einen entspannteren Arbeitssack hatte, als die anderen sechs, die da mit drin saßen. Die Gruppe hat sich zwischenzeitlich doch noch deutlich reduziert. Ich meine, Paris-Roubaix ist jetzt dann doch nicht der einfachste Parcours, aber man will lieber mit Mischa Predewold in dieser 6er, 7er Gruppe sprinten, als das Ganze nochmal zuzufahren und dann mit Lotte Kopecki loszulegen. Halte ich für einen absoluten Fehler. Und na gut, dass Mischa Predewold dann leider auch noch auf der Zielrunde im Velodrom von Roubaix stürzt, ja, das passt dann ins Gesamtbild, dumm gelaufen, aber selbst wenn die in dem Sprint ganz normal mit eingegriffen hätte, wären die Chancen für SD-Works gar nicht so groß gewesen, das auf die Art und Weise zu gewinnen, während nur Sekunden später Lotte Kopecki dann den Sprint von der Verfolgergruppe, also von der Eliten-Favoritengruppe aus dem Hauptfeld gewinnt und das regelrecht mit dem Finger in der Nase. Also, was meint ihr? Habt ihr noch weitere Themen oder Begriffe, die auf Seite 1 vom Radsportlehrbuch gehören? Schreibt's mir in die Kommentare. Ist eine Relais-Station wirklich jedem bekannt oder soll ich da nochmal genauer was zu machen? Schreibt's mir in die Kommentare.